Moin Leute, ich bin's wieder Julian. Mich haben viele gefragt, kann man mit H-System eigentlich auch Fußball spielen? Ich würde sagen, wir sind hier in Altona. Ihr seht, ich bin Torwart. Wir zeigen euch's erstmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Haare halten noch. Ich hab geschwitzt. Ich hab die Haare auf den Boden gerieben. Ich bin gesprungen. Also alles super. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, wie die Haare bei Extremsportarten, zum Beispiel im Fitnessstudio, beim Fühlschützen sich verhalten, dann guckt gerne auf den Heideki YouTube-Kanal vorbei. Da sind noch diverse Videos. Traut euch einfach. Macht's. Holt euch einen Beratungstermin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurer neuen Frisur.